Du willst mit deinem Smartphone Geld verdienen, egal ob iPhone oder irgendein anderes Phone? Ja, das geht. Heute 12 Apps zum Thema Geld verdienen. Und aber Achtung, es sind nicht diese klassischen Betrüger-Apps, sondern es sind vernünftige Tipps. So, und da sind wir auch schon wieder hier im Play Store. Und es gibt hier viele Apps und ich will jetzt keine Bewertung abgeben, aber ihr schreibt mir das immer auf Instagram. Ihr schreibt mir auf Instagram, hey Michael, die App, ich bin kurz vor 20 Euro oder 20 Dollar und ich bekomme keine Umfragen mehr oder so und kriege die 20 Dollar nicht voll, damit die mir auszahlen. Was kann ich machen? Oder so eine Spiele-App, die dich bezahlt für verschiedene Levels zu erreichen. Hey, ich kann diese Levels einfach nicht mehr erreichen und das wird nicht freigeschaltet. Oder hey, das ist jetzt meine persönliche Meinung, da gibt es so eine App, die zählt deine Schritte. Also Punkt 1, du gibst sehr viel Daten ab, du hast deine E-Mail-Adresse, du hast auch vielleicht deine Paypal-E-Mail-Adresse schon abgegeben, also du hast gute Daten abgegeben von dir, weil deine Paypal-E-Mail-Adresse ist ja meistens nicht irgendeine E-Mail-Adresse, die du jeden Tag wechselst und einfach mal löscht und auch nicht nachschaust und so. Und dann bekommst du halt 10 Euro als Gutschein. Und diesen Gutschein hättest du auch googeln können als Neukunde. Und das einzigste Geschäftskonzept hinter so einer App, die die Schritte zählt und so, dir den Gutschein zu geben, weil der Gutschein ist am meisten noch ein Affiliate-Link, das heißt, du löst diesen Gutschein ein und die Firma verdient Geld an dich, an deinen Kauf. Weil ein 10 Euro Gutschein, wo dann halt steht, hey, du musst dann halt mindestens 20, 30 Euro einkaufen und so, da haben die wieder Geld dran verdient. Also lass die Finger weg eigentlich von diesen Apps, wenn du Geld verdienen möchtest. Gibt es denn vernünftige Apps? Ach, und wer deine Erfahrung, schreibt mir die einfach mal auf Instagram. Und du bist auf dem Kanal, Michael Kurzo von 0 auf 6, stell ich, aber ich wollte jetzt einfach mal kurz den Druck loswerden, weil diese Apps sehr oft scammy sind. Und diese Apps sind teilweise auch so scammy, dass du sie gar nicht benutzen kannst. So Apps, wo du dann halt freigibst, dass die halt SMS versenden dürfen in deinen Namen. Und als du weißt nie, was die versenden, die können ja auch was Kriminelles versenden und du bist in Deutschland haftbar und kriegst auch einmal so eine Abmahnung, Datenschutz, alles Mögliche. Du weißt ja gar nicht, ob du diesen Leuten dann halt zu der S&A schicken darfst oder so, die einfach eine empfangen. Das ist sehr, sehr quinschig. Oder du gibst dein Datenvolumen frei oder so, dass die dann halt dein Datenvolumen nutzen können. Was hast du da das Problem? Naja, vielleicht steht im Vertrag, dass du das Datenvolumen nicht weiterverkaufen darfst. Und so, dann hast du gegen deinen Handyvertrag verstoßen. Und das könnte auch schwierig werden, weil als Privatperson geht das manchmal noch. Aber wenn du das ja gewerblich machst und hast ein Gewerbe und so und die finden das heraus, dass du gewerblich das Datenvolumen weiterverkaufst, das ist natürlich rechtlich was ganz anderes. Unternehmen gegen Unternehmen. Also ganz, ganz vorsichtige Sachen. Und ja, da kommen wir jetzt die ganzen Kommentare. Hey Michael, du Blödsinn. Das geht einfach. Und so, ja, dann mach es doch. Aber ich möchte dich gewarnt haben. So, du bist auf dem Kanal, Michael Kotzow von 0 auf 6 stelle. Hier findest du jeden Montag bis Freitag zu Action-Videos und auch ab und zu mal so normale Videos wie hier. Und heute Geldverdien-Apps. Und ja, wie gesagt, hier von den ganzen Finger weglassen, Umfrage-Apps und so, das funktioniert alles nicht. Oder nur ganz bedingt oder so, aber Apps, die wirklich funktionieren, die kommen jetzt. Und pass auf, warum nicht mit TikTok Geld verdienen? Also jetzt, sorry. Ja, es ist ein Aufwand, eine Community aufzubauen. Aber TikTok bezahlt dich schon ab 100.000 Aufrufe im letzten Monat und 10.000 Follower. Ab da. Und ich kenne viele Leute, die machen damit 5 bis 10 Euro am Tag. Ich kenne Leute, die haben auch 40 Euro pro Tag schon Auszahlung bekommen von TikTok. Da baust du die aber langfristige Community aus. Und das kann auch bis zum Millionen-Business gehen. Schau dir einmal an, hier, Jule, die Jules Block hat oder so. Oder hier, 24Tim oder so. 24Tim ist Millionär. Jule ist wahrscheinlich auch. Weil bei so vielen Followern und die ganzen Werbeverträge sollte man schon Millionär sein. Ist es einfach? Nö, ist nicht einfach. Aber das ist halt etwas, wo du wirklich auch dein Business aufbaust. Und du kannst diese Follower dann auch mitnehmen. Zum Beispiel hast du da viele Follower aufgebaut und gehst dann zu Twitch rüber. Rein theoretisch ist Twitch auch eine App, ne? Du kannst ja auch streamen mit einem Handy. Aber du kannst deine Follower, die bei TikTok aufgebaut hast, gewinnen dringend auf andere Plattformen rüberziehen. Mega geil. Auch Facebook, immer noch. Um Traffic zu generieren, du kannst eine Facebook-Fans-Page machen. Du kannst Facebook-Gruppen machen. Die Videofunktion, Facebook-Watch, mega. Und es gibt ja sogar Facebook-Games oder so, wo die dann halt auch Streamer und so anlocken und so. Und ja, selbst bei den Videos, ich kenne Creator, die laden ihre YouTube-Videos noch auf Facebook hoch. Manchmal werden die noch ein bisschen umgeschnitten, damit die nicht so langwierig sind und ein bisschen schneller sind und so. Und ich kenne einen Creator, der macht 40.000 Euro im Jahr mit dem Content, den er auf YouTube gemacht hat, den nochmal auf Facebook hochgeladen hat, Videos bei Facebook-Watch. Selbst da, Facebook, mega, immer noch im Jahr 2022. Die Instagram-App. Sorry. Du hast hier ein TV-Studio drin. Du hast ein Fotostudio drin eigentlich und, und, und. Musikstudio, alles hast du hier drin. Und ist Instagram leicht? Nee, ich habe in meiner Telegram-Gruppe gepostet, dass ich einen Bekannten habe. Der verbringt jeden Tag vier Stunden auf Instagram ungefähr. Selbst wo er noch kein Erfolg hat, hat er da vier Stunden. Und jetzt verdient er damit Geld. Nicht mit 100.000 Follower, unter 100.000 Follower. Verdient er mit Instagram sehr gut Geld. Aber, wie er hat auch vorher schon, hat er vier Stunden am Tag dort verbracht und hat einfach mal die Trends erlebt und, und, und. Im TikTok ist das Gleiche. Auch eher mal ein paar Stunden mehr verbringen, aber warum nur konsumieren, warum nicht gucken, was geht gerade viral. Und dann mache ich das, hey, deine Frau ist eine 10 von 10, wenn bla bla bla, diese Trends einfach mal mitgeben. Das sind Apps, damit kannst du Geld verdienen. Alles andere ist Bullshit. Auch YouTube, YouTube Shorts, du kannst, natürlich kannst du das auch alles so ein bisschen mischen. TikTok, Instagram und den Content recyceln auf den unterschiedlichen Plattformen. Aber auch rein theoretisch reicht dir auch ein Handy, um mit YouTube Shorts durchzustarten. Natürlich kannst du auch, ich kenne hier zum Beispiel Tanzverbot. Der hat ja sehr oft einfach, der hat einfach mal wie viel, 100.000 Follower. Der müsste eigentlich gut Geld verdienen. Und der filmt viele Sachen einfach mit dem Handy. Die YouTube App, mega geil. Und da wirst du sogar noch richtig gut bezahlt. Du hast die Möglichkeit, sehr einfach Affiliate-Links unterzubringen. In der Beschreibung, in den Kommentaren, die sind anklickbar und so. Bäm. Das sind diese Apps, damit kannst du Geld verdienen. Aber irgendwie so eine Umfrage beantwortet, warum, what? Hier sind Apps, diese, diese vier Apps bis jetzt. Haben so viele Millionäre hervorgebracht. Und du kennst es wahrscheinlich diese ganzen YouTuber, die dann teilweise auch Firmen danach gegründet haben. Erst die Reichweite aufgebaut über YouTube und dann machen sie halt eine Modemarke. Justin zum Beispiel mit seiner Peso-Marke. Dann irgendein Eiweiß bringen sie raus. Oder Bibi, die dann halt irgendwie Deo rausbringt und Parfüm und sonst was alles. Diese Plattform haben Millionäre hervorgebracht. Ohne Fake, ohne Umfragen und so weiter. So ein bisschen Snapchat. Bin ich gerade so ein bisschen am Testen, weil, ja, die Videos, die ich ja sowieso habe, die dann halt kurz drei Minuten hochladen bei Snapchat und dann die Reichweite auch noch ausnutzen. Ist jetzt nicht ganz so, würde ich halt wirklich nur empfehlen, wenn du den TikTok-Content da recycelst. Nicht als einzelne Plattform nur Snapchat anfangen. Twitter. Naja, ich sehe sehr, sehr viele YouTuber und zum Beispiel Montana Black und viele andere haben einen Twitter-Account und holen sich da Traffic über Twitter auf ihre Livestreams und so weiter. Ist so in Deutschland nicht ganz so verbreitet, aber selbst Twitter als App, damit kannst du Geld verdienen. Und du kannst auch wieder Links reinposten und so. Naja, natürlich, wenn du ein Geldverdienen-Video reinpostest oder einen Link zum Affiliate-Marketing-Kurs, wirst du das kaum verkaufen. Das ist schwierig. Aber wenn du Sachen hast und hast Fans oder du hast Sachen, die gerade Trendy sind und so, dann kannst du dann Aufmerksamkeit generieren. Das ist ein Baustein, wo du sagst, hier, Twitter, hey, Leute, ich kommuniziere über Twitter, wenn ich bei Twitch live gehe oder so. Ein Baustein ist das nur. Geheimtipp. Discord. Ich kenne dort jemand, der hat Zugriff auf etliche Gruppen, die richtig groß sind. Und da kann man auch Affiliate-Marketing und Co. machen und auch wieder dann halt YouTube-Videos pushen und, und, und. Discord. Mega geniale Sache. Ist total unterschätzt. Hat überhaupt keiner auf dem Schirm. Und jetzt mal ganz ehrlich, es würde mich freuen, wenn du meinen YouTube-Kanal abonnierst. Natürlich, ich bin auch YouTuber und Reichweite und so ist auch cool. Ein Like und wenn du dann halt auch, wenn du mich abonniert hast, die Glocke. Das ist halt echt, das, das würde mich einfach freuen. Natürlich auch ein Kommentar. Findest du diese App? Das ist eine App, so zusammenfassend, damit kannst du wirklich Millionär werden. Und innerhalb ein paar Jahren. Na, also bei TikTok geht es vielleicht sogar noch ein bisschen schneller, wenn du dann halt sehr schnell wechselst Richtung einer anderen Plattform, YouTube, Instagram und nimmst die Reichweite mit. Mega genial. So, ich trinke mal ganz kurz einen Schluck Kaffee. So, Discord. Total unterschätzt. Hat gar keiner auf dem Schirm. Eigentlich auch ein Podcast. Und Podcast werden sehr oft über Apps gehört. Ja, du kannst diesen Podcast recyceln und auf YouTube hochladen und so. Aber ich kenne so viele Podcasts, wo Firmen, ich kenne einen Podcast, der Podcast hat das auch erzählt, die Story dafür, dass dann halt vorher ein paar Sekunden, wo der dann halt ein Produkt empfiehlt und sagt, hier, diese Podcast-Folge wird gesponsert von und so. Mit diesem kurzen Satz 10.000 Euro. Mit 10.000 Euro für einen Satz. Natürlich muss der Podcast-Zuhörer haben und downloaden. Aber du kannst dir einen Podcast. Ich habe zum Beispiel, weiß jetzt gar nicht, wie er heißt, Lego-Investor oder so oder Spielwaren-Investor, er ist, da glaube ich, höre ich sehr gerne an. Der gibt Tipps, wie man in Lego-Steine und Co. investiert. Toller Podcast. Und total unterschätzt. Und du kannst auch mit deinem Handy, dein Handy verdient Geld. Du kannst damit und ein Mikrofon anstecken, ein Mikrofon und teilweise auch das interne Mikrofon, kannst du deine Podcast-Show aufnehmen. Geil ist das denn, bitteschön. Und du kannst halt Tausende von Leuten erreichen. Podcast-App. Und du kannst es teilweise alles komplett managen am Handy. Ich finde es mega. So ein kleiner Geheimtipp, der kein Geheimtipp ist, ist Ebay eigentlich. Sachen verkaufen. Ich habe dazu sogar schon mal eine Dienstleistung gekauft bei Ebay. Und natürlich ist Ebay so, du kannst wirklich auch auf den Flohmarkt gehen, Sachen anschauen und dann siehst du halt so, oh, die Tasse, oh, die kostet 50 Cent und bei Ebay wird sie gebraucht für 10 Euro verkauft oder so. Ist nur als Beispiel. Aber du kannst jetzt genauso gut halt irgendwelche, ich habe natürlich auch ganz viele andere Handys, womit ich Geld verdiene. Also nicht nur das hier, sondern, also ich mache das wirklich. Und hier sind überall andere Social-Media-Profile drauf. Hier ist es dann halt so, du kannst auf den Flohmarkt gucken, hey, wie viel ist es wert? Ich habe einmal, weiß ich, genau 500, 600 Euro verdient mit einem Produkt. Ich war auf dem Flohmarkt, so ein Samstag, ist schon echt lange her, bevor ich Flaschen gesammelt habe in Berlin und so. Und ich habe ein Stativ gesehen und ich kannte mich so ein bisschen aus, weil ich vorher ein Praktikum gemacht habe. Und es war kein Stativ einfach mit so einer Schraube, sondern mit so einem Schlittensystem für so hochwertige Kameras. Und ich wusste, das Ding ist teuer. Ich habe mich gar nicht getraut zu fragen. Dann sagt die Frau, 20 Euro. Ich weiß gar nicht, ich habe 17 gesagt, die so, ja, ist okay. Das Ding habe ich dann bei Ebay reingesetzt und das hat irgendwie so 500, 600 Euro. Das ist jetzt schon echt lange her. Und so einfach kann man da Schnäppchen machen. Wenn man einfach nur weiß, was ist etwas wert. Und dann kann man kurz gucken und dann die Sachen kaufen, bei Ebay verkaufen. Echt. Also wenn ich jetzt kein Business hätte und auch keine Veranlagung, ich würde auf Flohmärkte gehen, ich würde alte Spielzeuge kaufen, Matchbox-Autos, He-Man-Figuren, Lego-Steine, die vielleicht ein bisschen putzen, schön fotografieren, reinsetzen. Und schaut mal an, es gibt diese He-Man-Figuren oder so. Da kosten die teilweise 40 Euro oder so. Und du kannst die für ein, zwei Euro auf dem Flohmarkt kaufen. Link in. Ja, es sind da sehr, sehr viele Unternehmer und da kann man auch Affiliate-Markete machen, sein Coaching verkaufen und, und, und. Man kann eine riesige Reichweite aufbauen. Und wenn du das kannst, bam, einfach mal, ähm, auch eine bei den ganzen Geldverdien-Apps, eine unterschätzte Plattform, wenn du da eine gute Reichweite hast und weißt auch, wie du halt mit Leuten kommunizierst und denen was anbietest und was verkaufen kannst und, und, und. Und man kann da auch Texte posten und alles Mögliche. Und da kann man auch viral gehen und da gibt es sehr, sehr viele Tricks. Es gibt auch ein paar Tools, die doch unterstützend da sind und so. Aber gerade auch so Business-to-Business-Kontakte und so. Bam, es ist einfach ein Geheimtipp. Noch etwas, Reddit. Du kannst über diese Reddit, gerade auch im amerikanischen Bereich, Affiliate-Marketing und Co. machen und auch deine eigenen Produkte verkaufen, auch wieder Sachen promoten, ne? Du hast ein YouTube-Video geladen und promotest das in deinen passenden Reddit-Gruppen zum Thema. Du bist ein YouTuber zum Thema Aktien und postest das in Reddit-Aktien-Gruppen rein, kriegst du natürlich viel mehr Besucher auf deinen, also es gibt manchmal so sehr gute Synergie-Effekte zwischen den ganzen Plattformen. Reddit, Leute, wenn du da nicht angemeldet bist und so und versuchst da keinen Traffic abzugreifen, dann bist du kein guter Online-Marketer. Übrigens mein Chat- und Affiliate-System. Hol dir das. Oder auch meine Mastermind. Und dafür schreibt mich auf Instagram an, folgt mir auch auf Instagram, mich freut mich über Follower. Und ich habe jetzt auch zum Beispiel heute Morgen hier etwas zu meiner Morgen-Routine. Also, wie ich meinen Kaffee trinke und so. Quatscht. Ah, guck dir die Morgen-Routine an, das Video auf jeden Fall. Jetzt nochmal ein Bonus-Tipp eigentlich. Apps wie Telegram und WhatsApp. Und alleine in meiner WhatsApp-Gruppe, den Link, den habe ich dir auch in der Beschreibung reingepackt. Es ist halt so, da habe ich über 360 Leute drin. Und natürlich, wenn ich etwas, ein neues Webinar habe, ein neues Video, kommt ein Teil dieser Leute auf diesen Content drauf. Oder vielleicht, wenn ich etwas verkaufe für 27 Euro, 10 Leute kaufen etwas, sind 270 Euro Einnahmen schon mal für mich. Ohne irgendwie eine Facebook-Ad zu schalten und, und, und. Du solltest dir überlegen, ob Telegram und WhatsApp nicht etwas Cooles ist für dein Marketing. Und ja, auch über diese Apps kannst du sehr gut Geld verdienen. Wenn du jetzt überhaupt keinen Plan hast, wie du etwas machst oder so, bleib mich an, ich habe natürlich auch Stunden-Coachings und so weiter. Wir arbeiten dir ein Konzept aus. Das funktioniert. Und das sind einfach Apps, damit kannst du Geld verdienen. Und nicht hier so etwas. Die meisten Apps sind einfach Scam. Wenn dann halt schon bei manchen so Make Money drinsteht oder so, oder keine Ahnung was, oder Real Money oder so. Und ich sehe ja auch hier vorne, zum Beispiel, wenn ich hier Geld verdienen eingebe und so, mit PayPal, mit Videos schauen, Schritte und so. Das suchen Leute. Aber du musst ja irgendetwas immer verkaufen, Mehrwert schaffen und so mit Schritte. Wer will dich denn für Schritte bezahlen? Wie dumm muss man sein, um darauf reinzufallen? Welche Firma will dich bezahlen, damit du Schritte... Du bezahlst immer mit deinen Daten oder so. Oder du bekommst dann irgendwelche Fake-Gutscheine, damit die eingelöst werden. Und die bekommen dann halt eine Provision dafür, weil die Gutscheine sehr oft Affiliate-Links sind. Und die Gutscheine kannst du einfach googeln oft. Neukundenbonus. Wenn du dich im Newsletter einträgst, tage mich sehr oft irgendwo im Newsletter ein, wenn ich was bestelle und bekomme dann erst mal im Newsletter ein. Dann habe ich einen 10-Euro-Gutschein und den kann ich dann sofort einlösen bei der ersten Bestellung oder so. Also bekommst du es sowieso. Und das ist so meine Übersicht. Ich freue mich auf deinen Kommentar. Das ist mal eine andere Übersicht wie die ganzen anderen Videos da draußen. 12 Geldverdien-Apps für dich. Mein Name ist Michael Kurze. Ich bin ein Rucksack-Unternehmer. Und ich habe hier vorne noch ein weiteres Video, was ich dir empfehle. Schau dir es an und raus. Ciao.